weg 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 der fünfte ist zweimal der zweite fünf buchstaben sind es nur für gescheite fünf buchstaben sind es das kann nicht sein er hat gesagt acht der erste der zweite der dritte der vierte fünfte ne stimmt das sind nur fünf buchstaben ach so dann ist es der dritte buchstabe und der achte aus dem alphabet oder sowas okay wir wollen zum brummen eigentlich ich hätte gerne die umgebung hier ruhig bevor ich zum brummen gehe und mich da stören lasse von dem brummen so weg mit dir hier ist das brummen okay du heilirrsinn hier sind die leute sollten keine rätsel lösen okay die plattform da wollte ich mir auch nochmal angucken sperrgebiet zutritt verboten okay jetzt 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 haben problem jetzt muss ich nachdenken also der erste ist der neunte plus eins also sagen wir mal zehn a b c d e f g h i j j a b c d e f g h i j ja j der zweite ist der nächste vom dritten also b oder d be spät es macht keinen Sinn denn Wörter haben nicht mehrere konsonanten hintereinander außer sie passen zusammen also c h pass ganz gut aber j und d gasten nicht wirklich und j und b auch nicht okay der vierte ist vor dem ende das achten Also der vierte Buchstabe in unserem Lösungswort Ich mache jetzt mal diese Striche von dem Wie heißt das Männchen? Das am Galgen sitzt Galgenmännchen Genau, fünf Buchstaben J ist der erste Der vierte ist vor dem Ende des achten Acht wer A, B, C, D, E, F, G H H Was ist das Ende des achten? Der dritte ist der erste Ne, von 26 ist der dritte der erste Das steht bei mir auf dem Zettel Aber ich glaube 2 gehört zu einer anderen Spalte Die schräg versetzt dazu steht Aber ich sage jetzt einfach mal, der dritte ist A Dann hätten wir jetzt J Leerzeichen A, H Leerzeichen Daraus kann ich kein Wort bilden Joann Joann Dann wäre das fünfte N Wo ist fünf? Der fünfte ist zweimal der zweite Wir wissen nicht, was der zweite ist Der zweite ist der nächste von Drittes Türja Bucht Was? Das ist meine Magic 10 Ja, das ist dasselbe Zettel Tut mir leid Der zweite ist der nächste vom dritten Das war die Geschichte mit B oder D D wäre 4 Und 4 mal 2 wäre 8 Und das wäre I Dann wäre der fünfte Also J B oder D Dann A, H, I Das ist der Vorname von Archibald Joahi Ich probiere mal Joann Walsch Okay Ich brauche einen neuen Zettel Da ist kein Platz Nein Ich brauche da So, ganz frischer Zettel Nur für dieses Rätsel Oben drauf mache ich fünf Striche Für die fünf Buchstaben, die wir suchen Der fünfte Pfeil nach da Der fünfte Ist Zweimal Der zweite Okay Weiter Bäume suchen Äh So ein Sprungpunkt Hier brauchen wir nicht Weil wir Hier irgendwo schon Ne, brauchen wir Okay Äh Ne, hier ist der Sprungpunkt Ist okay Also wenn wir das Rätsellösung haben Müssen wir nur da lang gehen War mit den weißen Dingern jetzt eigentlich noch was Hier ist nichts, nö Nö, okay Ah Oh, vielleicht können wir durch die Jaja, ihr seid laut Vielleicht können wir durch die Teleporter Abkürzend zu den Rätselbäumen Das müsst ihr gleich mal gucken Äh, wo ist der Wackelding? Hier So, laut meiner Theorie müsste jetzt hier Nö, irgendwo Nicht noch ein Wackelding Ein Baum sein Ein paar Magier ist auch okay Noch eine Sackgasse Was? Hier ist Was? Ein Teleporter In eine Sackgasse? Wo nur noch ein Teleporter ist? Ja, richtig Okay Ich wollte es nur nochmal klarstellen Der uns die nächste Sackgasse führt Die Zu einem Baum führt Hier war nämlich ein Baum Also in diesem Cluster von vier Räumen Was ich jetzt primär brauche Ist der zweite War glaube ich der zweite Da hatte ich nämlich die 26 stehen Die habe ich bestimmt nicht hingehört Das gehört nicht mehr zu dem Cluster von Wir Räumen Das hier übrigens auch nicht Ja doch, da hinten Da, da hast du den Baum Okay Klick So Von 6 Ah, 26 gehört auch da hin Okay Von 26 ist der dritte der erste Der dritte ist der erste Das ist der dritte A Ich sollte es trotzdem nochmal aufschreiben Also da, da, da Von 26 ist der dritte der erste Und jetzt mache ich etwas Peinliches A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ja, 26 Buchstaben Okay Musste geklärt werden Die Gruppe sieht ähnlich aus Wie ich mich fühle Mehr Bäume Das könnten sie niemals In einem modernen Spiel bringen Also doch könnten sie Aber sie denken sie können es nicht Weil die Spieler ja alle doof sind Und sie müssen an die Hand genommen werden Und wenn irgendein Spieler etwas nicht instant schafft Dann wird er das Spiel zurückgeben oder so Das scheinen die ja zu denken Hier Wir brauchen jetzt noch einen Da war der Teleporterraum Den habe ich immer noch nicht verstanden Klappt immer noch nicht Hier ist nichts Ganz am Anfang der Burg Müsste noch ein riesiges Gebiet sein Wo wir noch gar nicht waren Das ist abgefahren groß hier Oh ja, das hatten wir schon ein, zweimal erwähnt Hier ist eine Sackgasse Wo wir bestimmt hintereportiert werden können Ich würde gerne Richtung Eingang der Burg Genau, hier ist der Eingang So, nehme ich den ganzen Eingang Vom Eingang aus nach vorne und nach rechts Das haben wir also nicht gemacht Obwohl ich eigentlich nur den Baum brauche Weg, 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 weg Komm, 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 komm Ja, wir müssen raus und schlafen Das bringt so nichts Oh, falsche Tür Falsche Tür, falsche Tür Wir wollten raus Und schlafen Hier ist raus Hier Nichts wie Weg Oh Ja Dabei ist es jetzt zu spät Mist Na gut Kommen wir klar mit Das ist schon okay Du, das, du, das Rein da Töten Wobei ich echt nicht weiß Was ich hier machen soll Ich glaube das ganze Gebiet Hier könnten wir komplett ignorieren Lauf mal ganz kurz durch Wo wir rauskommen Du mach bitte Fackellicht Ähm Okay Du mach bitte Das da Komm schon bei Gegnern raus So Oh, ich hab Kristallbrummen Warum ist das Rätsel Vielleicht optional Das ist sehr interessant Und eine sehr große Versuchung Gold Scheint nicht optional zu sein Also einfach nur das Brummen kommt aus der Ecke Hier Aber wir werden in die Ecke Nur kommen, wenn wir das Passwort haben Weg So Weg, 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 weg So, also wir werden hier keine Bäume finden Aber vielleicht finden wir ja Genau Gegner zum Töten Dass wir hier drinnen schlafen können Also hier ist nur eine Kaserne Mit Gegner, Gegner, Gegner Oh, obwohl Hier kommen wir den Brummen näher Weg, weg Keine Zauberpunkte mehr Weg Brummen wird noch lauter Eine leere Nische Brummen ist richtig laut Genau hier hinter Ist es Muss man was reinlegen Okay Okay Das ist zu viel Du Kannst nicht springen Du springen bitte Oh, warte Müssen die erst einen Sprungpunkt setzen Das ist nicht gut Hier Nicht genutzt Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut Wenn wir jetzt keinen Sprungpunkt setzen Dann ist es recht aufwendig Hier wieder hin zurück zu laufen Unser Sprungpunkt ist ja oben Bei der Rätsellösung Also da, wo man das Rätsellösung Eingeben soll Komm Wir müssen nur irgendwo Genau Ein paar Stunden schlafen können Dann ist alles gut Du Setz hier Neues Leuchtfeuer Und zwar brauchen wir nicht mehr Paradies Jetzt springen wir uns nach Sorpigal Heilen uns wieder Schlafen eventuell Und machen dann hier drin weiter